SharePoint-Podcast, Ausgabe 428 vom 18.01.2021 SharePoint-Podcast Das auditive Update für den engagierten SharePoint-Anwender Themen, Trends, Tipps, Tricks, Talk Am Mikrofon Michael Gret Ja, zuverlässig wie, lasst mal überlegen, jede Woche. Hahaha, herzlich willkommen zur 428. Ausgabe des SharePoint-Podcasts. Toll, dass ihr wieder mal mit dabei seid und für allen, denen ich es noch nicht gewünscht habe, ein frohes und hoffentlich gesundes, geimpftes und Viren-Entseuchtes 2021. Das letzte Jahr hat uns ja viel abverlangt und ich hoffe, ihr seid alle bisher gut durchgekommen und könnt euch auch heute an diesem kleinen Ort hier erfreuen, dass sich SharePoint-Podcast nennt und das jetzt mal drei Monate geschwiegen hat. Nicht deshalb, weil ich vielleicht nichts zu sagen hatte, sondern ich hatte andere Prioritäten. Diejenigen von euch, die meine Online-Kanäle verfolgen oder auch die Community-Seiten verfolgen, wissen, ich habe sehr viel mit dem Thema Live-Streaming, Live-Events, Live-Videos gemacht in den letzten Monaten. Ich war auf diversen Online-Meetups. Das ist ja heute, dadurch, dass es alles virtuell ist, gar kein Problem mehr, alle User-Groups mal virtuell zu besuchen und dort auch gern mal wieder einen Vortrag zu halten. Zu meinem derzeitigen Lieblingsthema, das ist halt alles, was sich rund um Live-Events dreht, um Live-Streaming, um Homeoffice, Ausrüstung, Technik, Inhalte, all diese Themen haben mich in den letzten Monaten bewogen, mich darauf zu konzentrieren und darunter hat dieser Podcast eigentlich auch ein bisschen gelitten. Deshalb habe ich da auch nichts gemacht, weil ich hatte jetzt auch keine Interviewpartner, die ich ja sonst immer gerne auf Konferenzen getroffen habe und mit denen ich gerne spannende Interviews hier für euch geführt habe. Und das Ganze jetzt wieder nur remote zu machen, ja, ich glaube, ihr habt auch andere Dinge zu tun. Und die Überflutung, gerade so in Homeoffice-Zeiten mit visuellen und audiovisuellen Kommunikationsinhalten, ich merke selber, das ist teilweise tierisch anstrengend. Und gut, andere Worten, es war drei Monate Ruhe, kann man sich nach 16 Jahren ja auch gut mal gönnen. Aber dieses Kleinod ist ja nicht klein zu kriegen. Ich bin Gott sei Dank auch nicht klein zu kriegen und deshalb starten wir in einer neuen Season. Das haben ja auch andere machen, dass sie ja auch das über Winter dann mal sagen, wir machen mal Pause und jetzt geht es gerade wieder los. Ich glaube, Bill Mayer hat am Wochenende seine Talkshow in den USA auch wieder aus dem Winterschlaf geholt. Gut, ich will mich ja mit denen nicht vergleichen, aber wir sind jetzt wieder da und ich kann euch auch gleich mal ankündigen, was es in den nächsten Wochen hier geben soll und wird. Denn nicht nur, dass dieser kleine Podcast Anfang Februar 16 Jahre alt wird, 16 Jahre, überlegt euch das mal, das ist, allein dieses erfordert eine eigene Sendung, wo ich euch mal wirklich nur über die Geschichte dieses Podcasts und der ganzen Podcastbewegung und so weiter vielleicht ein bisschen berichten werde. Aber ich habe mir vorgenommen, denn es gibt ein zweites Jubiläum in diesem Jahr, das heißt 20 Jahre SharePoint. Um Gottes Willen, es gibt SharePoint schon 20 Jahre lang. 2001 kam die erste Version vom SharePoint Server 2001 auf den Markt. Diese wunderbare Kombination aus dem Digital Dashboard, dem Exchange Web Store und da war noch irgendwas drin. Irgendwie noch was, ein dritter Komponente, aus dem das alles zusammengebaut wurde. Und ja. Und da gibt es einen Birthday Event. Ich glaube, das ist der 27. März. Ich habe mir das jetzt nicht ganz genau gemerkt. Da organisiert so die Online Community um die European Corporate Relations Summit eine mehrstündige Online-Veranstaltung, 20 Jahre SharePoint Birthday Party. Ja, und ich habe mir gedacht, ich führe mal ein paar Interviews mit so den ganz alten Haudäginnen, die es mit SharePoint schon vom Anfang an oder von ganz frühen Zeiten oder auch sehr viel in der Community gemacht haben und starte damit in der nächsten Ausgabe dieses Podcasts. Heute noch nicht, weil ich will erst mal ein paar Interviews geführt haben, sodass ihr mal vielleicht ein bisschen drüber reflektieren könnt, wie hat sich das alles entwickelt, was haben wir vielleicht gut gemacht, wie sind wir dazu gekommen, wie sehen wir die Zukunft, was könnte man heute besser machen, was haben wir daraus gelernt, haben wir überhaupt was daraus gelernt und diese Lernresistenz ist ja auch etwas, was uns immer wieder beschäftigt. Genau, also das könnt ihr in den nächsten Folgen mal erwarten. Das ist auch, denke ich mal, mal ein Inhalt, der nicht an 100.000 Stellen abgegriffen wird und der vielleicht auch mal für euch interessant ist, wo man nochmal ein paar spannende Talks hier hören kann. Und wie gesagt, Podcast ist ja eine Kann-Option. Es ist ja keine Pflicht, dass ihr das hören müsst. Ihr könnt es hören, ihr müsst es aber nicht hören. Und ihr wisst auch, ich werde immer wieder gefragt, so lange machst du schon einen Podcast, wieso machst du das eigentlich? Letztlich, weil es mir Spaß macht. Und das, was ich hier mache, macht mir einfach Spaß. Und wenn ich gerade mal keinen Spaß habe, mache ich auch keinen. Und insofern hoffe ich auch, dass ihr ein bisschen Freude daran habt. Und insofern, wenn es klappt, dann klappt es. Und wenn es nicht klappt, dann könnt ihr ja auf Clubhouse gehen. So, was haben wir dann noch hier? Ja, genau, das ist also der eine Punkt, dass hier im Podcast das mit diesen Themen weitergeht. Dann natürlich geht es auch mit Veranstaltungen in diesem Jahr weiter, die alle noch online stattfinden. Ich meine, die ersten zaghaften Pflänze in einer Veranstaltung in echt blühen ja schon. Der European Collaboration Summit will, glaube ich, Mitte Juni wieder in echt nach Wiesbaden zurückkehren mit einem sicheren Hybrid-Konzept. Auch die Intranet Reloaded Berlin wird Ende Juni schon angekündigt, dass sie wieder mit einem echt Konzept zurückkommt. Mal gucken, wie das wird. Also jedenfalls glaube ich, jeder von uns hat das Bedürfnis, mal wieder auf eine Veranstaltung zu gehen, wo man es nicht nur mit kleinen Menschen auf einem Flachbildschirm zu tun hat, sondern sich mal wieder in echt austauschen kann und mal so den echten Benefit einer Online-Konferenz, einer echten Konferenz, Entschuldigung, einer echten Konferenz ausnutzen kann, auskosten kann, sich einfach mal mit Leuten wieder ganz spontan zu unterhalten und mal wieder einen Meinungsaustausch zu machen. Das ist etwas, was bisher auch alle virtuellen Konferenzen in keiner Weise adäquat geschafft haben. Es gibt die Möglichkeit des Austauschs, ja, ich weiß es, aber da ist noch eine ganz große Lücke hin zu dem, was man auf echten Konferenzen, ich sage mal echte Konferenzen, da wo man sich mit Menschen tatsächlich noch trifft, erlebt. So, das heißt aber nicht, dass wie gesagt, es gibt aber eine ganze Reihe von Online-Events und auch ich werde mich wieder aktiv an diversen Online-Events beteiligen. Natürlich gucke ich mal, falls ihr eine Usergroup und ich betreut, die sich rund um Microsoft 365 beschäftigt und auf der ich noch nicht war, könnt ihr mich gern ansprechen. Ich komme auch gern auf eure Veranstaltung online und erzähle ein bisschen was über das Livestreaming. Übrigens auch, wenn ihr jetzt keine Office 365 Usergroup habt, sondern vielleicht irgendeine andere interessante Usergroup, die sich aber auch gern mal mit dem Thema, vielleicht könnten wir auch mal einen Livestream machen oder was müsst ihr eigentlich Voraussetzungen dafür haben, gerne an mich wenden. Ich gucke, wie das in meinen Zeitplan passt und mache das gerne mit. So, konkreter gesagt, gebe ich euch mal einen kurzen Terminüberblick, wo ihr mich in den nächsten sechs Wochen, naja, es sind sechs Wochen, die ich hier aufgeschrieben habe, erreichen könnt und mal hören könnt, wenn es um Vorträge geht. Der erste findet schon in dieser Woche statt, denn heute beginnt nämlich der Modern Workplace, die Modern Workplace-Konferenz Paris, die eigentlich jedes Jahr stattfindet. In Paris natürlich mit vielen interessanten Speakern und diesmal natürlich nur komplett virtuell online mit einem, ich sag mal, von dem Konzept her doch eher klassisch geprägten Setup. Ich werde dabei sein am Mittwoch um 11.30 Uhr mit einem Vortrag rund um das Thema Live-Events, das ist klar. Und der wird eigentlich in Englisch sein. Achso, ja, vielleicht sollte ich auch noch mal sagen, jetzt denkt ihr immer, Mann, der geht jetzt von Veranstaltung zu Veranstaltung und erzählt dann immer das Gleiche und das ist doch eigentlich ein Vortrag, den ich dann einfach mal angucken kann. Nein, ist dem nicht so. Zum einen habe ich eigentlich alle Meetup-Auftritte, die ich gehabt habe, sind nicht aufgezeichnet worden. Habe ich extra gesagt, möchte ich nicht, dass sie aufgezeichnet werden, weil es für mich auch ein gewisser Respekt ist, vielleicht viel gesagt, aber es ist für mich einfach auch ein, klar, auf ein normales Meetup bist du auch nicht gegangen, hast alles aufgezeichnet, hast es nur gemacht, damit du nachher ein Video hast, um das sich alle angucken können, sondern es geht darum, diese Interaktion, dieses Meetup-Feeling, diese Spezialität und dieses Spezielle des Moments nochmal herauszuheben. Insofern habe ich gesagt, nein, ich komme genau auf eure Veranstaltung, mache das nur für euch. Wer dabei ist, ist dabei. Wer nicht dabei ist, Pech gehabt. Geht nicht oder keine Ahnung. Und ich mache eigentlich neben einem gewissen Core, wenn man das so sagt, einer gewissen Basis von Informationen, die ich eigentlich immer mit da drin habe, den Rest eigentlich für jede Veranstaltung immer unterschiedlich, sodass eigentlich jeder Vortrag zum größten Teil aus neuem oder anderem Material besteht. Meistens das, was mich gerade aktuell beschäftigt und teile es mit euch und gebe immer gerne auch eine Anregung, sich da mit mir auszutauschen. Ja, dies ist soweit. Insofern könnt ihr gerne auch an mehreren dieser Veranstaltungen teilnehmen und ihr werdet immer, sicherlich immer etwas Neues hören, was dieses ganze Thema Live-Events, Homeoffice und so weiter und so fort betrifft. Gut, ehe ich jetzt ins Labern komme, gehen wir mal den Zeitplan weiter durch. Am Freitag findet das Hearts and Minds Barcamp von Microsoft statt. Das hat letztes Jahr schon, ich glaube es war eine letzte Veranstaltung letztes Jahr, die Microsoft noch tatsächlich in echt durchgeführt hat, weil ich glaube es war im Februar oder so, konnte ich leider damals nicht daran teilnehmen. Diesmal bin ich dabei, leider auch nur online, aber das wird ein Barcamp sein, was wiederum in Teams abgewickelt wird. Das hat sich ja mittlerweile auch als ganz gute Plattform herausgestellt, um solche mehr interaktiven Events zu realisieren und ich glaube jetzt mit den neuen Funktionen wie Breakout-Rooms und was ist gerade neu mit diesen Abstimmungen, Umfragen, das wird sicherlich spannend werden. Auch dort gehe ich hin, dort mache ich einen einstündigen Workshop um 13.30 Uhr am Freitag und natürlich auch um das Thema Live-Events und freue mich darauf und bin auch gespannt, wie das gesamte Barcamp abläuft, denn die Zielgruppe dort ist eigentlich so mehr Kommunikationsabteilung im Unternehmen, HR und so weiter, also nicht die klassischen IT-Menschen, sondern vielleicht eher auch eine Zielgruppe, die sich auch für dieses Thema Live-Events mal aus einer anderen Perspektive interessiert und da ist natürlich auch wichtig, dass man vielleicht auch für die etwas speziell vorbereitet. Freue ich mich super drauf, vor allem weil es ja ein Barcamp ist und weil auch da so diese Interaktion im Vordergrund steht. Mal gucken, ob ich das hinkriege und ob wir das in dieser Session hinkriegen. Gerne berichte ich darüber auch hier dann. So, am 28. Januar gibt es den Teams Community Day, auch wieder von der Teams Community organisiert und auch da bin ich wieder mit dabei mit diesem Thema. Wenn ihr dabei seid, kommt dazu. Bringt euch vor allen Dingen auch ein. Falls ihr übrigens mal eine Frage habt, die man in so einer Geschichte diskutieren soll, gerne mal schicken. Mache ich gerne. Packe ich gerne rein. Ich weiß genug über das Zeug. Ist immer die Frage, was hilft euch? So, dann am 2.2. gibt es ein Webinar bei Microsoft, das sich auch mit diesem Thema beschäftigt. Da werde ich auch mit dabei sein und Fragen beantworten, um auch mal wieder noch eine ganz andere Zielgruppe zu erreichen. Freut mich auch dabei zu sein. Und dann das letzte Event. Das ist auch noch mal eine coole Sache. Nennt sich 365 Scale Intranet. Das ist hier von der Intranet Reloaded. Habe ich in diesem Podcast ja schon diverse Male darüber berichtet, über die Konferenz, die hier in Berlin immer stattfand. Die V-Connect, die das veranstaltet, haben mittlerweile im letzten Jahr natürlich als Veranstalter auch komplett auf digital umgestellt. Haben jetzt eine 386 Scale heißt die Reihe, Online-Konferenz aufgemacht. Und es gibt die Intranet 360 Grad Online. Dach nennt sie sich. Und die gibt es am 23. und 24. Februar. Zum ersten Mal komplett in Deutsch. Auch etwas, was bei der Intranet Reloaded völlig neu ist. Bisher waren es alles immer englische Vorträge. Diesmal speziell mit dem Fokus auf die Dachregion. Und komplett online. Und ich werde dort auch über das Thema Video reden. Und auch da freue ich mich schon drauf, mal wieder eine ganz andere Zielgruppe zu erreichen. Kann ich euch definitiv empfehlen, mal an dieser Veranstaltung teilzunehmen. Zum einen ist sie kostenfrei für die Teilnehmer. Das ist schon mal cool. Weil normalerweise war die Intranet Reloaded immer ein doch mehr in dem vierstelligen Bereich angesiedelter Event. Dafür hatte man auch super Kontakte. Gar keine Frage. Aber diesmal die Konferenz am 23. und 24. Februar. Meine Empfehlung an euch. So, soviel zu den Terminen. Dazwischendurch wird es natürlich dann noch was live. Das komme ich mal zum nächsten Thema. Denn ich baue noch an einem regelmäßigen Videoformat. Ich habe in den letzten Monaten sehr viel rund um Video gemacht. Immer mal einzelne Schnipsel noch online gestellt. Kurze. Ja, wir haben die Sharepoint-Sender mit dem Gernot Kühn habe ich wieder aufgeleben lassen. Wir haben das auch live gestreamt. Aber ich glaube, ich brauche einfach mal ein regelmäßiges Live-Videoformat, das über LinkedIn, Facebook, was haben wir noch? YouTube ausgestrahlt wird. Dass ich mal mit den Themen, mit denen ich mich beschäftige, einfach mal 30 Minuten in der Woche oder alle 14 Tage beschäftige, mit vielleicht ein paar spannenden Interviews dazu. Das ist natürlich eine gewisse Verantwortung, die man nimmt. Man muss das sehen, dass man auch hinkriegt zeitlich. Und ich will da nicht irgendwas produzieren, was dann einfach nur als Zeugs da steht. Und man muss ja auch mal sehen, Zeit ist Geld und muss das irgendwie auch umsetzen. Aber ja, die Idee steht. Und wartet mal ab. Ich hoffe, dass wir damit im Januar noch online gehen können. Und das würde mich dann freuen, wenn ihr mit dabei seht. Aber ich werde das rechtzeitig noch ankündigen. So, das ist eigentlich das, was heute auf meinem Zettel hier steht. Ich wollte auch nicht länger als 20 Minuten werden. Ach, eins habe ich noch. Doch. Hier fällt gerade was um. Ach ja, zwei Dinge habe ich sogar noch. Das erste ist, ich glaube, ihr hört hier das neue Mikrofon. Ich habe mir ein neues Mikrofon zukommen lassen, mit dem man hier nochmal eine ganz andere auditive Umgebung schaffen kann. Ich kann mit diesem Mikrofon jetzt auch noch ein bisschen zurückgehen von diesem Mikrofon. Ich kann mich aber auch relativ nah an dieses Mikrofon ranbegeben. Es ist das Shure MV7. Und es ist jetzt mein Lieblingsmikrofon geworden. Warum ist es mein Lieblingsmikrofon geworden? Weil es zum einen super gut klingt, weil es auf der anderen Seite vielseitig verwendbar ist. Und das sind eigentlich schon die beiden Gründe, die für mich überzeugend waren. Es kommt aus dem Hause Shure. Und wenn ihr mal die Livestreamer verfolgt habt, dann werdet ihr alle überall mittlerweile das SM7B sehen, das sogenannte Michael Jackson Mikrofon. Das ist so dieses, ich glaube, 450 Euro teure Mikrofon, wo ihr dann noch einen separaten Vorverstärker braucht, damit ihr den Pegel hochregeln könnt. Also man ist dann immer locker mit 600, 700 Euro dabei, um dieses Mikrofon anschließen zu können. Das kann dann XLR und hat einen guten Klang. Ist bei ganz vielen mittlerweile, ihr seht ja überall dieses schwarze Mikrofon. Ist aber natürlich auch im Einsatz dann limitiert. Ihr habt immer den Aufbau, der dahinter steckt. Ich suche natürlich immer gerne Dinge, die mehrfach verwendbar sind. Und da hat sich Shure gedacht, bauen wir doch mal nicht jetzt das SM7B nach, sondern bauen wir das mal fast so ähnlich. Es sieht auch so ähnlich aus. Aber wir denken mal ein bisschen weiter. Was brauchen die Leute heute wirklich? Die brauchen etwas, was sie zum Beispiel auch per USB anschließen können. Und insofern könnt ihr dieses Mikrofon, so wie ich jetzt auch, per USB an euren Rechner anschließen kann. Aber es hat eben auch einen XLR-Ausgang, sodass ihr es auch über XLR professionell an eure Studie-Equipment anschließen kann. Oder wenn ihr es nicht habt, man kann es auch darüber anschließen. Das ist schon mal das eine, was gut ist. Das nächste, was gut ist, und das hört ihr, glaube ich, auch hier an der Akustik. Es hat eine sehr wunderbare Akustik, die auch die umliegenden Geräusche ganz gut wegfiltert. Also man kann da in sehr vielen Umgebungen tatsächlich auch ganz gute Tonqualität produzieren. Dann hat es hier an dem Mikrofon ist so ein kleines Touchpanel dran, wo man die Aufnahme- und Wiedergabe-Lautsperre regeln kann. Denn dieses Mikrofon hat auch noch einen Kopfhörerausgang, sodass ich da auch tatsächlich noch meinen Monitor-Ohrhörer anschließen kann. Dann hat es hier eine Räuspertaste. Ich kann einfach raufklicken und kann das Mikrofon kurz mal stumm schalten, was auch cool ist. Und dann hat es, und das ist jetzt im USB-Betrieb halt eine coole Sache, es hat eine App, die ich zwischen das Mikrofon und meiner Aufnahmesoftware schalte. Nämlich die Shure Plus Motiv-App. Und mit der kann ich am Sound hier ein bisschen rumspielen. Da gibt es diverse Presets. Ich habe jetzt zum Beispiel eingeschaltet den Preset nah. Also ich befinde mich jetzt ungefähr 20 Zentimeter von diesem Mikrofon entfernt und sage dann, ich möchte gerne so eine dunkle Tonfärbung in meine Stimme reinbekommen. Ich kann aber auch, und das schalte ich jetzt mal um, eine helle Sprachumgebung schaffen. Jetzt müsste eigentlich meine Stimme ein wenig heller klingen. Jetzt klingt sie wieder etwas dunkler. Und dann habe ich eine zweite Möglichkeit. Ich kann auf den sogenannten Weitmodus umschalten. Das heißt, jetzt bin ich noch im Nahmodus. Jetzt bin ich im Weitmodus. Und wenn ich jetzt ein bisschen zurückgehe, dann gehe ich jetzt mal auf gut einen halben Meter Entfernung zurück und spreche bei euch im Weitmodus. Und um mal den Vergleich zu haben, wenn ich jetzt aus dieser Entfernung in den Nahmodus umschalte, dann werdet ihr sicherlich hören, wird die Stimme schon wieder etwas leiser. Und das macht es natürlich sehr gut. Sehr schön, dass ich hier meine Stimme auch noch ein bisschen nachbearbeiten kann. Dann hat man auch die Möglichkeit, das manuell zu verändern mit einem Compressor, mit einem Limiter, mit einem Equalizer, den man draufpacken kann. Eine sehr coole Sache, da noch ein bisschen Optimum in seine Stimme reinzupacken. Und zwar alles nur einmal kurz eingestellt, Mikrofon reingesteckt, Hindenburg oder Recording-Software angeworfen, auf Aufnahme gedrückt, und das Setup stimmt. Und das ist cool an dem Mikrofon. Ich nehme heute auch diesen Podcast nicht in meinem Studio auf, sondern ich habe mich tatsächlich mal und ich habe euch auch als Coverbild für diesen Podcast mal mein morgendliches Frühstückssetup hingepackt, denn ich nehme das jetzt mal ganz einfach aus meiner Wohnung mit auf. Und um mal zu sehen, ob ihr das Setup auch hier hätten, das ist natürlich super cool. Ich nehme einfach das Mikrofon mit, setze mich hin, habe eine Top-Qualität im Mikrofon. Ja, und das sozusagen ein bisschen Gadget-Talk hier zum Abschluss vom SharePoint-Podcast. Also, falls ihr auf der Suche nach einem Mikrofon seid für das neue Jahr, definitiv etwas, wo man reinhören sollte und sich als Option nimmt. Es kostet 260 Euro, ist sicherlich auch ein gewisser Hieb, den man damit, ja, den man einfach mal aufwenden muss, kann. Aber ich habe auch festgestellt, dass ich zum Beispiel dieses Mikrofon unbedingt für Livestreamings nutzen kann und brauche tatsächlich keine Kopfhörer mehr, weil ich dann für einen Livestream, wenn man zum Beispiel in der Teamscore mit drin ist, im Hintergrund auf dem MacBook auch den normalen MacBook-Lautsprecher hören kann, ohne dass es als Rückkopplung beziehungsweise als Feedback-Effekt ins Mikrofon reinläuft. Was natürlich diese Kopfhörer endlich von den Köpfen nimmt, ob man nicht aussieht, da hätte man gerade, weiß ich was, Ohrenschmerzen oder so. Das ist auch immer für Livestreams nicht gut. Aber gut, für Podcast geht das. So, das war also sozusagen nochmal für euch eine kleine Empfehlung. Ich habe dazu auch ein kleines Video gemacht, als ich das ausgepackt habe. Schaut einfach auf dem SharePoint Community Videokanal nach. Dort könnt ihr das noch sehen. So, und last but not least, weil ihr so fleißig bis hier zum Ende dieses Podcasts zugehört habt, verlose ich jetzt noch ein Buch. Genau, denn ich habe ein Buch zugeschickt bekommen. Vom Markus Wiedel, der bei Microsoft schon seit, ich weiß nicht, über 20 Jahren ist. Er ist in der IT-Branche, arbeitet dort als Technical Specialist, speziell für Teams. Und er hat sich hingesetzt und hat ein Buch geschrieben. Und das Thema dieses Buch ist, Microsoft Teams, Planung, Change Management und Deployment. Okay, und das ist natürlich so, wenn ich heute Bücher zugeschickt bekomme, rund um Office 365 und Teams, dann ist die erste, es zuckt am Anfang immer erst mal, wenn man sagt, oh, mutig. Wie kann man denn heute ein Buch schreiben, wenn ich mittlerweile eine Halbzeitzeit oder eine Neuigkeit, Informationen, neue Features kommen, die, weiß ich, jede Woche neue Features kommen. Da ist auch ein Buch schon während ich es schreibe, in einigen Teilen veraltet oder kann ich den neuesten Stand abdecken. Haben wir schon bei anderen Büchern gesehen, dass man einfach den Fokus dieses Buches ein bisschen anders machen muss und vielleicht eher die langfristigen Aspekte etwas genauer behandelt. Da liegt sicher die Stärke auch seines Buches, dass man mal darüber reflektiert, okay, ich habe tausend Features, klar. Es gibt tausend Features, die muss ich alle installieren, klar. Aber wie nutze ich eigentlich sinnvoll diese Features? Wie rolle ich das eigentlich im Unternehmen aus? Was muss ich alles drumherum bedenken? Und zwar jetzt nicht nur aus dieser Mindset, Toolset, Skillset-Geschichte, sondern wie sieht es eigentlich praktisch aus so anhand von Teams? Welche Konzepte muss ich ihnen aufstellen? Woran muss ich denn denken? Was muss ich dem IT-Administrator eigentlich sagen? Wo er nachgucken soll, was er machen soll, weil ich gerne die und die Sicherheitseinstellungen hätte oder dieses Sicherheitskonzept umsetzen möchte und so weiter und so fort. Also diese Planung, diese Themen zum Planung, zum SharePoint, zum Deployment. Wie rolle ich das Ganze aus? In einem Rutsch, in mehreren Rutsch, wer kann, wo soll ich welche Feature zur Verfügung stellen und so weiter und so fort. Das und dieses Thema und genau in diesem Thema hat sich, kümmert sich dieses Buch. Der Markus hat das nämlich hier, ich blätter mal kurz, ich hatte mir eigentlich ein Lesezeichen reingepackt, weil es nämlich, er hat nämlich am Anfang tatsächlich geschrieben, für wen ist dieses Buch gedacht? Dieses Buch richtet sich an alle, die in ihrem Unternehmen Microsoft Teams einführen oder betreiben wollen, insbesondere an die Mitglieder eines Einführungsprojekts. Aber auch wenn man das schon eingeführt hat und, Klammer auf, Anmerkung von mir, wer hat das im letzten Jahr nicht eingeführt und habt ihr alles richtig gemacht? Fragezeichen, Klammer zu. Okay, aber auch wenn sie Teams bereits in ihre Unternehmen eingeführt haben, liefert ihnen der Inhalt wichtige Kenntnisse zu einem empfehlenswerten Betrieb oder zu einer optimalen Unterstützung der Anwender. Genau, und das ist sozusagen so die Hintergrundinformation. Und ich glaube, die Erkenntnisse, die darin gesammelt sind, ich habe das mal quer gelesen, ich habe sicherlich nicht alle 524 Seiten gelesen, aber ich habe es einfach mal quer gelesen. Und das findet ihr in diesem Buch und deshalb schreibt ihr auch gerne im zweiten Kapitel im Vorwort, für wen ist dieses Buch nicht gedacht. Es ist kein reines Administrationshandbuch, wo euch gesagt wird, wie ihr welches Feature administrativ installiert. Ja klar, dafür gibt es mittlerweile ja auch gute Anleitungen bei Microsoft. Ich sage immer nur docs.microsoft.com, die Dokumentation dazu. Wenn ihr noch nie reingeguckt habt, guckt da rein, da steht mittlerweile so viel Content drin, Installationsanweisungen, Hinweise und so weiter. Dieser ganze technische Stuff, wollte ich schon sagen, dieser ganze technische Kram ist da super gut erklärt. Genau, und das ist es nicht für das Atmosphäre. Und das zweite ist auch kein Anwenderhandbuch, das euch jetzt Schritt für Schritt erklärt, wie ihr in Teams sowas einrichtet oder wie ihr das nutzt. Und ich glaube auch dafür gibt es ja eine ganze Reihe von Online-Möglichkeiten, sich darüber zu informieren. Spezielle Vorkenntnisse setzt der Markus für sein Buch nicht voraus. Und insofern kann ich euch gerne, wenn ihr mal wirklich gerne auch nochmal ein Buch lest, das muss natürlich auch noch sein, man muss ja auch noch die Zeit haben, so ein Buch mal zu lesen, dann kann ich glaube ich dieses Buch bedingungslos empfehlen. Weil insbesondere zum Rückblick auf das letzte Jahr, ich hatte ja schon im, wann haben wir das gemacht? Ja, zum Sommer haben wir mal gefragt, was machen wir eigentlich nach Corona, wenn Teams eingeführt ist? So gut, nach Corona ist noch nicht da. Ja, wir sind ganz im Gegenteil noch an dem Punkt, wo wir sagen, mehr Homeoffice, mehr Homeoffice. Wir wissen, dass in den Anfangszeiten von Corona Teams blitzschnell überall ausgerollt worden ist, ist da alles richtig gemacht und viele Konzepte, die wir vorher hatten, einfach mal nicht über den Haufen geschmissen worden, sondern einfach mal hinten eingestellt worden sind, nur um zu sagen, wir wollen jetzt einfach mal, wir brauchen jetzt Teams, sonst können wir nicht weiterarbeiten. Also ist da alles richtig gemacht worden? Ich glaube, das ist ein gutes Buch, dass man sich da nochmal zurücklehnen kann. Insbesondere hat dieses Buch, so ein Buch natürlich auch den großen Vorteil, dass da nicht dauernd irgendwelche Notifications aufblinken und euch dann wieder von irgendeinem Lesevorgang ablenken. Also insofern, das Buch Microsoft Teams, Microsoft von Markus Wiedel, erschienen im Rheinweg Verlag, kann ich euch gerne empfehlen und wie gesagt, ich verlose jetzt mal einfach ein Buch hier in diesem Podcast für alle, die diesen ersten Podcast nach drei Monaten Pause sich wieder anhören. Ihr habt es euch verdient, dieses Buch zu gewinnen. Wie eblich, schickt einfach eine E-Mail, ganz klassisch, an sharepointpodcast.outlook.de. Das ist tatsächlich die Adresse für diesen Podcast, sharepointpodcast.outlook.de. Oder kommentiert einfach den Beitrag im Blog und das Ganze und schickt einfach, ja, ich will das Buch gewinnen. Und wenn ihr einen Kommentar schickt, ja, bitte hinterlasst irgendwie eine Kontaktadresse damit, falls ihr gewonnen habt, ich euch das Buch zu schicken kann. Genau, das macht ihr einfach so. Und dann geben wir diesem Podcast, wir haben heute den 18. Januar, geben wir diesem Podcast zehn Tage lang das digitale Universum zu durchkreuzen und darauf ein Feedback zu schützen und verlosen ist dann am 28. Januar. Dann gebe ich euch das bekannt. So, jetzt sind es doch 30 Minuten geworden. Tut mir leid, eure Zeit wieder so in Anspruch genommen zu haben. Aber ich musste mich jetzt erst mal wieder in Schwung reden und ich hoffe, ihr seid auch in Zukunft wieder bei. Wir können hier wieder ein bisschen podcasten rund um das ganze Thema Modern Workplace, Sharepoint, Microsoft 365, Videos und so weiter und so fort. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich natürlich immer wieder für Feedback und bis zum nächsten Mal. Sag tschüss, der Michael. Das war der Sharepoint-Podcast. Das auditive Update für die engagierten Sharepoint-Anwender. Feedback und Kommentare bitte auf sharepointpodcast.de Auf was? Ach, auf Wiedersehen, ja.